Wir schauen vorbei im Weber Original Store in Brunnam-Gebirge und wollen heute hier gemeinsam etwas auf den Grill werfen. Und dafür haben wir uns einen Mann eingeladen, der nicht nur vom Fach ist, sondern auch hoch dekoriert. Unser Grill-Weltmeister Patrick Beyer. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Und freut mich, dass ihr mich da heute ein bisschen unterstützt und wir gemeinsam was grillen dürfen. Ja, das ist unsere Vorwärmlichin. sehr wichtig für mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.